Und damit Willkommen zu einem neuen Metronomen Battle! Okay. Äh! Was war das gerade für ein Schnipsen, Alter? Das war so dein Einsatz! Ich hab auf dich gezeigt... Ja, alles klar, das hab ich gesehen! Ja, hast du schon gesehen! Du sitzt doch hier nebeneinander, was ist los mit dir? Ich hatte richtig viele weibliche Pokémon, ne? Ja, stimmt. Ich hatte auf jeden Fall... Wir spielen hier mit unseren Soling-Teams, das wollen wir vielleicht erklären, aus der Gold- und Silber-Soling, denn möglicherweise startet ja bald die nächste Soling. Und um das Ganze zu teasern, sind wir heute hier mit unseren Soling-Teams am Start, beziehungsweise ein Team, welches nicht am Ende dabei war, und zwar das Team bestehend aus Rizeros und Gengar, denn das ist bereits vorher gestorben. Aber damit wir 6 Pokémon haben, ja, haben wir es mit reingenommen. Ja, let's go! Soling! Ja, genau das wollte ich sagen. Gerne. Hab ich gern für dich übernommen. Die Sache ist die... Owei wird hier auf jeden Fall der MVP sein. Ja, die Sache ist, Timo hat voll ein Disrespect dargelassen über Owei! Der wollte Owei gar nicht mitnehmen! Der hat ihn aber gecarried! Der hat ihn aber gecarried, Jungs! Bitte! Ich hab mal Raichu, hallo! Ja, und? Also, ich war ja dann Raichu. Nebenbei, unser Starter-Pärchen hat ja nämlich damals sogar überlebt. Raichu und Suiko, das ist halt super cool! Jaja, das hab ich ja eben zu dir auch gesagt, Gabmann. Ich weiß, das wollte ich halt nochmal den Zuschauern sagen. Jaja, willst nur meine coolen Sprüche klauen? Ja, das war ein wirklich cooler Spruch, hast recht, Mann. Okay, Raichu, jetzt hau deine Donner-Attacke raus! Das ist Iowa, das ist fast ein Moment! Jetzt! Ohne Winz! Oh, ich muss auf Owei gegangen werden, dann wär ich direkt einfach gegangen! Warum bist du so schnell? Weil ich ziemlich cool bin. Warum? Ja, ne, weil ich so wie cool und Owei bin. Ja. Okay. Danke. Bitteschön. Dann haben wir hier die Z-Windhose, das ist sogar gut, oder? Naja, das heißt. Wenn das gegen Owei geht, dann ist das halt einfach RIP für ihn. Ah, ne, war mein. Das ist ne Drachen-Attacke. Bist du durchbrechen? Ja, ich dachte, das ist ne Flug-Attacke. Ne, war mein. Das geht nämlich auch voll. Ja, das ist locker RIP, oder? Womit, trägst du nen Evoliten? Ja, natürlich, das ist ein Owei! Hä? Das ist super... ...disgusting, Mann. Okay, okay. Welches Item trägst du auf Rizeros? Wer weiß doch schon so genau. Ja! Und er sagt so, ich bin Disgusting! Z-Tagen-Dieb, nice. Ich wünsche, das hätte ich auf Owei bekommen. Ja, so fährt ihr das jetzt auch nicht gebracht, also. Ja, Mann, Gemma wird jetzt alles destroyen. Let's go, Bruder! Bruder, nice! Hat'n Bruder gerissen. Richtig gut destroyed! Ah, ja, kommen wir jetzt erstmal hier, Ambryon rein! Ambryon, jawoll! Ja, ja, das nach Tara. Zwei Legendaries, das ist so gemein! Ich hab' auch zwei Legendaries. Oh nein, zwei Legendaries, das ist voll gemein, oder? Ist das echt so? Ja. Ich hab' zwei Legenden hier auf dem Feld. Ah, der Herromensch, der ist einfach das schnellste Mew auf dem gesamten Feld. Alter, Step-Konfusion? Easy! Tschüss! Ja, passt, oder? Hat das nicht den Gift-Typus? Ne. Hä? Moment, wieso? In letzter Zeit bist du super der Pokémon-Noob! Ja! Überall! Hä? Hä, was meinst du in letzter Zeit? Also ich weiß gar nicht, worauf du redest. Ah, Verfolgung, nice! Erstmal hier den Wechsel punishen, ne? Warte, warte. War... Ist Fikun schon dran. Oh, sorgensam. Könnt ihr auch mal angreifen? Nö, finde ich nicht. Warte! Was denn? Wieso hast du ein Zwinger auf deinen Pokémon? Also, jetzt mal hier Retour-Present. Warum hast du ein Zwinger auf deinem... Du hättest doch locker die versteckte Fähigkeit von Arcter singen können. Hä, was für eine Fähigkeit denn? Ja ne, das hat doch Safe nur versteckt. Ich hab auf Suikun auch nicht einen Zwinger, weil der Zwinger ist richtig gemein. Ja, weil ich bin gemein. Ja, das merke ich! Hä, nein, keine Ahnung. Ich hab nicht darüber nachgedacht. Was für eine Fähigkeit... Ja, weil du doof bist. Wofür du doof bist? Ja, Nasha. Alter, das sieht ja super cool aus, wie Mew das macht. Ja, aber trotzdem bist du doof. Du bist so richtig gemein, Mann. Das war nicht für Absicht. Sanktionskern! Sanktionskern! Alles klar! Nice! Alter, das sieht super cool aus, wie Arctos das macht, Mann. Das sieht richtig scheiße aus. Nur weil du jetzt hier einfach gar keinen Schaden bekommst. Moment, wieso macht das so wenig Schaden? Weil es ein Arctos ist. Ja, trotzdem! Los, Lehmschelle! Genauigkeit miss. Äh, runter. Äh, was auch immer. Genauigkeit miss. Äh, runter. Okay. Mach's nicht. Immer die Genauigkeit runter, ja, ne? Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich dich überhaupt angegriffen hab. Schleuder, los! Schmeiß deinen Gebruch in! Hey, das ist ein Step! Also, ne, sehr effektiv meine ich. Ja, sehr effektiv. Mann, jetzt schmeißt er nicht deinen Eboliten weg! Was ist denn los mit dir, Owei? Er will halt einfach sterben. Sie will einfach sterben. Weil du sie hasst, Mann. Nein, das stimmt gar nicht. Doch! Moment, wuchscher! Ah! Alter, wenn du jetzt getroffen willst, dann wär ich gegangen. Ja, aber es wär nur gegen Owei gewesen. Ich hab halt bisher... Ich hab halt bisher... Schlagbefehl. Ah, ja, das geht Owei. Mach ich? Das ist ein offensiver Angriff? Okay. Ja, das ist vielfach effektiv. Ich hab keine Ahnung, was Schlagbefehl ist, Mann. Schlagbefehl! Ah, Schlagbefehl! Ja, dann weiß ich, was das ist. Ja... Lehmschuss. Kannst du mal aufhören? Alter, die ganzen Lebertanken hier. Was ist hier los? Ja, vor allem... Das ist das erste Mal, dass ich dich angegriffen hab. Jetzt, Leute, reißt euch was zusammen. Ich weiß, das sind vielleicht alles eure Partner, okay? Aber... Jetzt hier... Jetzt müsst ihr sie aber auch töten, Mann. Ist echt so. Wie in einer guten... Ich weiß, wir machen auch keinen Halt. Also, Uli Vera. Wie in einer guten Beziehung, ne? Wie in einer guten... Ach, bitte nicht! Ach, bitte nicht! Sag mal leise, Alter! Sag mal leise, Alter! Sag mal leise, Alter! So schrecklich schlimm. So schrecklich schlimm. So schrecklich schlimm. Beweilschlag, let's go! Bitte auf Austausch! Ach, nein, bitte nicht! Okay, das macht gar nicht mehr so viel Schaden. Aber es ist... Schaden war okay. Na, ist okay. Meditation. Nice! Was? Was ist los mit dir, Mann? Was ist los mit dir, Mann? Was ist los mit dir, Mann? Was ist los mit dir? Ne, das kannst du jetzt nicht fragen, nachdem ich schon die Gegenfrage gestellt habe. Jetzt, Uli Vera, hier... Kraftschub! Let's go! Erstmal boosten, ne? Das sieht sau-nice aus. Das sieht wirklich nice aus. Ja... Hä? Tut's wirklich? Das geht. Du siehst, das geht aus. Dankeschön! Gerne! The support is appreciated! Das war kein Kompliment, du Arsch! Ah, wirklich? Wegtanz! Nein, bezieh dich auf Mew! Oh, Moment. Ne, wegruft... Ne, warte, warte. Hä? Was macht das? Wegtanz ist der Mut von Koryoge. Ja, genau, von Koryoge. Richtig. Lava-Sturm? Oh, nö. Aber es trifft doch alle, oder? Ne. Ne, aber es trifft allgemein. Das ist nicht... Nice! Das ist richtig gut. Das heißt, du bist jetzt einfach hier in der wirbelnden Magma gefangen. Das war echt gut, oder? Ich hatte gerade... Weil wegruft hätte Mew wieder aufgeweckt. Das wäre nicht so nice gewesen. Wäre schon ganz cool gewesen, um ehrlich zu sein. Ich bin cool. Ja... Danke. Einer Energie-Fokus? Mann, du kannst dich jetzt nicht boosten, wenn du in dem fucking Lava-Sturm bist! Das sah cool aus. Hä? Kraftschub war auch richtig cool. Ja, aber Energie-Fokus war cooler, weil es so rangezoomt ist. Nein. Doch! Kreuzschere? Das ist schön. Komm, go! Das macht sogar bestimmt einen guten Schaden. Ja, in der Moment. Jetzt könnte der Tag in die langsame wiederkommen. Ne, bitte nicht, Mann. Arctos, Feenbrise. Feenbrise. Nice! Hier ist auf beide... Mann, jetzt! Alter, das war voll viel Damage! Hä? Das waren vielleicht 10 KP! Niemals! What the fuck? Aquabit's over this step! Moment! Das ist ja sogar diese 150 Base-Move-Attacke, oder? Alter! Warum macht das so wenig Damage? An dieser dumme Magma-Sturm? Hä? Das war trotzdem guter Schaden. Was ist los mit dir? Nein. Aber ich muss ja jetzt Runde aussetzen, oder? Ja, musst du. Das ist doch kacke. Naja, hast du schon ziemlich verdient. Hä? Das war echt voll wenig Damage. Ja, geht. Wangen ruble... Ach, bitte nicht. Ja, nice. Kill, kill, kill! Ach, kein Magma mehr! Da hat bestimmt sogar dein Kampf um den Vortreffer geholfen, oder? Egal, Hauptsache ich bin nicht mehr in dem dummen Magma-Sturm gefangen. Ja. Jetzt musst du quasi auch Flora-Sturm... Flora-Sturm? Nein! Nein! Nein, Miu! Wie kannst du so dumm sein? Let's go! Die Sache ist die, ich habe gecritet wegen dem Energiefokus, okay? Das ist so traurig. Jetzt bin ich langsam wieder back again! Nee, finde ich jetzt zwar nicht so super. Jetzt beinschauen, bitte streng dich mal und zerstör die beiden Flug- und Wasser-Pokémon hier. Du hast sehr effektive Attacken. Aber das ist doch ein Boden-Pokémon. Okay. Okay. Gut. Hä, wieso bist du schneller? Jetzt los! Jetzt los! Los, 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 los! Oh, lol! Oh, lol! Das ist die von... Phyverene. Ah, bitte. Nice! Das geht sogar um alle? Cool! Ah, ein Crit auch noch! Nice! Warte, das war auf mich selber! Ich würde sagen, das war auf dich! Oh, nice! Yeah! Ein Crit gegen mich! Antikraft! Nee, nee, nee! Nee, nee! Boost! Boost... Boost! 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 Booost! Boost! Boost! Decker go, boost! Und Licht, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Alter, das war... Alter, das war sogar 10 Kp oder so. Nice. Mann, es ist nicht immer alles 10 Kp present. Doch, in meiner Welt ist alles 10 Kp. Alles klar. Dann macht der Movie jetzt wohl auch 10 Kp, oder? Los, Karate-Schlag. Karate-Schlag. Der hat halt sogar wirklich fast 10 Kp gemacht. Das war ein Crit. Also ohne Volltreffer hat er fast 10 Kp gemacht. Ja, siehst du, aber eben keine 10 Kp. Ja, gut. Hyperschreit. Nee! Aber okay, los. Alter, das sieht super cool aus. Jetzt würde er so eine KMH-MH aufladen. Ah, nice. Alter, wieso hat das nicht gekillt? Das wäre super cool gewesen. Jetzt kannst du hier mal wieder auf Plorakur gehen, oder wie ist es hier? Knirscher. Na? Oh, Leute, so! Hä? Wieso hat das gemisst? Ach, wegen dem Lehm-Dingen. Ah, ja, stimmt, ja! Let's go. Das wird nicht viel damage. Aber es trifft zweimal. Ja, das macht trotzdem nicht viel damage. So 10 oder so. Ja, ein Angriff hat 10 Kp gemacht, aber 2 dann 20. Siehst du, ehrlich, mach mal was. 20, Alter. Holy shit! Jetzt. Weil, so weit sein kann sich nicht... Ah, lol, diesmal warst du schneller. Wir sind wirklich im Speed her gewesen. 110 auf Speedbase. Vital-Glocke. Jawohl, let's go. Nice. Erstmal die Status-Veränderung heilen. Bitte keinen Angriff, bitte keinen Angriff, bitte keinen Angriff, bitte keinen Angriff. Bitte miss, bitte miss. Nice, aber es wird auch go. Alter, jetzt auf dich auf den Mist hoffst. Nicht das killt, nicht das killt, nicht das killt. Natürlich killt das, was ist los mit dir? Nee, natürlich killt das, ich bin der Freund, ich halte mich. Damit steht es 5 zu... Es ist, by the way, heute auch mal... 6 vs. 6, das erste Mal. Das allererste 6 vs. 6 Metronom-Battle in der Geschichte der Metronom-Battles. Richtig, es gab vorher bestimmt noch nie Metronom-Battle mit 6 Punkern. Könnte echt sein. By the way, ich hab den Drohort, ziemlich cool, oder? Was hältst du davon? Ja, super cool. Haha, wieso hast du denn jetzt Finger? Das ist doch voll unfair. Ja. Ist es auch. Ja, oder Bedrohort nicht, oder? Jawoll, let's go! Ach, bitte. Bin auf you. Ja, das wird sterben. Crit, crit, crit. Das wird auch ohne Crit reichen. Egal, ich will trotzdem den Crit. Woo! Ach, bitte. Die sagst du dir, der Drop macht halt nix, weil ich eh mal critte. He, 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 super cool. Ich glaube, du hast nur eine 12,5%ige Chance mit einem Energie-Vorokass. Nee, mach das sowas nicht! Nice, das ist super. Reitsch, weiter so. Aber mach mal bitte irgendwas Schlechtes. Ähm, Dampfhalze sehe ich dich jetzt hier. Cool sagt. Ja, das geht auch. Das wird wahrscheinlich so ok gehen, ja. Na, wobei, bitte nur zweimal treppen. Bitte. Bitte, bitte, bitte öfters. Bitte, bitte öfters. Bitte, bitte öfters. Bitte, bitte öfters, bitte öfters, bitte öfters, bitte öfters. Bitte öfters, bitte öfters, bitte öfters, bitte öfters, bitte öfters. Ich glaube, der reicht aber noch nicht, oder? Als ob ich getrefft. Nein, als ob! Okay, nice, nice, das ist gut. Reitsch, jetzt musst du einfach irgendwas machen. Wehe, Gullivera, schneller. Bitte. So, jetzt kommt erstmal Jana rein und Jana ist einfach hier der Tank wie sonst was. Jana und Nero waren ja Gepartner und Ulibe, nee, Baitan war mit... Mit, genau. Okay. So, Gullivera. Okay, ich bin schneller. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Vertrauenssache. Ja, das ist super nice. Erstmal hier einen Vertrag mit Stados abschließen, das... Und den Angriff, Spezialangriff senken, perfekt. Ja, perfekt. Perfekt. Jetzt für die Gullivera bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, Fluch, das ist super. Jetzt bist du sogar langsamer. Ja, ha, 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 bringt viel, mich zu bußen. Nice. Mit dem Heimkaffee. Ja, ha, 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 bringt Spaß. Vielleicht kommst du ja gleich Heilwurge mit Stados, man weiß ja niemand. Ja, man kann ja nicht wissen und dann geht die Heilwurge auf dich. Reitsch und Tödereitsch und Tödereitsch und Tödereitsch und Tödereitsch und Tödereitsch und Tödereitsch. Was ist Kano? Ja, das geht auf beide. Hä? Was ist das? Das ist, wenn du, ähm, genau. Ja, genau das. Nice. Aber wenn jetzt zum Beispiel Dings, wenn Gullivera... Ist okay, Timo. Superschein, nass. Ach, bitte. Wenn Gullivera auch Kano eingesetzt hätte, weil man singt ja zusammen im Kano, weißt du, dann hätte es mehr Damage gemacht. Ist wirklich so jetzt, no joke. Okay, gut zu wissen. Naja, gerne. Ja, die VGC Strategies, ne? Auf jeden Fall. Eishammer, Leute. und es trifft. Ja, okay. das ist ein super Ober-Anhalt-Krit. Ich glaube, er hat nur eine Indie-Drop. Nur eine 12-Prozentige Was? Nein! Nice. Ich meine, das war natürlich alles der Plan hier. Ich sag's dir, Dodri ist halt übelst verkrüppelt, Mann. Spezialangriff minus 1, Angriff plus 1, Energiefokus. Du kürtest die ganze Zeit, also sag mal leise. In minus 1, Zielschuss. Zielschuss erstmal hier, das Zielangriff. der, der, der Energiefokus und hast du nicht gesehen, Mann, die Statik, alles, das ist übelst verkrüppelt. Das ist übelst der Geh-Muthant. Blätter-Tanz? Ja, mit deinem reißen Spezialangriff. Nice, das ist mir hier der Spezialangriff. Moment, bin ich dann jetzt gelockt? Ja, bist du. Ach, bitte. Das ist so traurig. Wie ist das so viel Glück? Du bist jetzt gerade 4 zu 3 für mich, ne? Ja. Okay, Emma, du bist jetzt Carry. Du bist ein Xerox. Bitte, Carry und besiege jetzt Rivera und Nero mit einem Hit. Keine Ahnung, wie du das schaffen kannst. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber mach's einfach. Mit Blizzard? Ne, selbst das wird nicht gehen. Nein, das wird, was, Blizzard? Ja, Blizzard wird bestimmt gut sein von dem Xerox. Ja, bestimmt neu sein oder Kraft-Tailer. Okay. Bekomme ich jetzt deinen Spezialangriff-Drop? Ich glaube schon. Oder? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe auch keinen Plan, wie das funktioniert. Aber du hast auch einen guten Angriff. Okay, Xerox, go. Schlafpuder, nice. Ach, bitte. Und der Blätter-Tanz. Jawoll. Oh, das war ein Crit. Ne, warte, doch. Das war ein Crit. Ja. Ah, die Füllparra, okay. Ja, das kannst du auch mal Lucky sein. Ja, das kannst du auch mal Lucky sein, nice. Hä, das war Lucky? Ja, ich hätte auch meinen Schlafpuder einfach gegen Neo einsetzen können. Mein Schlafpuder. Mein Schlafpuder. Schnapp mal los. Schnee, schna, schnaffi, das kleine Krokodil. Mein Schlafpuder. Leute, warte, was habe ich mir geschnappt? Weiß ich nicht. Bist du jetzt da drin gefangen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Morgenraut? Nice. Ich bin ja auch wieder hoch. Die 15 Kp, super. Hauptsache nicht den Schlafpuder, Mann. Naja, Hauptsache nicht den Schlafpuder. Hallo, ein Blättertanz. Warum gehst du denn Dark Repressant? Bist du jetzt verwirrt? Ich glaube schon, oder? Ha, Opfer. Opfer. Weißt du, und mit dem mache ich eine Soling. Die nächste Soling ist abgeblasen, Leute. Das war's. Block Befehl, nice. Ich will jetzt einfach weiter boosten. Bitte. Der ist einfach komplett crazy, Mann. Dodri ist nicht mehr zu stoppen. Ah, nice. Man wird echt in Schnapper gefangen. Das sieht super komisch aus. Das hat doch Safe mehr gemacht als der Schnapper-Damage generell, oder? Keine Ahnung. Ich habe nicht darauf geachtet, aber ich glaube schon, ja. Insane. Nice. Gucken wir mal, was A-Bock jetzt macht. Bitte irgendwas Schlechtes. Prisma Lace. Jau, das ist der Wub von Necrozma. Ist das denn? Das ist auch nicht so komisch. Okay, ich wollte gerade sagen. Moment, musst du es aufladen? Ja, ich muss eine Runde aufladen. Das ist eine 160er Spezialesattacke. Das ist schon krass. Marco Bellen, nice. Aber das, okay, ich dachte, das geht gegen Dodri. Bitte, greif doch mal Dodri an. Ich greife dich selbst an. Bitte, komm durch. Danke. Jetzt geh mit Metronom auf eine gute Attacke gegen Dodri. Magnetenflug, das ist okay. Das ist tatsächlich okay. Alter, wie das aussieht. Das sieht voll lustig aus. Kann das generell. Als ob jetzt, Gullivera, reicht sich mal zusammen. Du kannst dich nicht die ganze Zeit boosten und dann nichts machen. Das sieht super komisch aus, wie da auf einmal so eine Muschel kommt und dann, ja, ich schnapp mal zu. Nee, normalerweise kann er nicht einen Magnetenflug, falls das deine Frage war. War meine Frage, ja. Okay. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Wissen wir ja, ne? Ja, wissen wir. Okay. Du willst du Koller? Was? Das geht auf A-Bock. Das stelle ich mir super dumm vor, einen Pokémon, was eine Vielfachschwäche hat. Einfach so eine Feuerattacke raushauen. Dann greif dich bitte selber an, Jana, bitte. Ja, bitte greif dich mal nicht selber an. Danke. Jetzt geh auf irgendwas Gutes mal. Danke. Erstaunen. Nice. Das ist super stark. Oh, Leute, Alter. Da hat er mich gerade schön erschlaut. Wann, Gullivera? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los? Wir verstaunen, macht einfach super viel Schaden. Hier passiert richtig abgespaced. Alles super abgespaced, Mann. Sachen, Dinger. So, aber jetzt kommt das Comeback. Ich rieche es förmlich, Mann. Wenn die beiden Pokémon sind. Das sind so schwarze Filmbalken. Ja, ja, natürlich. Hammerarm. Das ist ein Comeback. Aber das war ich. Ich weiß. Das war super stark. Okay, schwarze... Moment, da kommt meine Saika-Währe. Ja. Ich sag, ab jetzt kommen die schwarzen Filmbalken. Jetzt ist das Comeback da. Xerox. Dä, 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 dä. Beschwörung. Nice. Jetzt beschwören mich erstmal die Kräfte, die uns den Sieg bringen. Oh, Leute, jetzt kannst du nicht mehr gecrittet werden. Jetzt kommt Stalos. Jana ist verwirrt und drin. Aber du kannst immerhin nicht mehr gecrittet werden. Sie ist positiv. Ich sag doch. Ach, das war jetzt hier das Comeback. Heilung. Moment, was? Ah, Leute, das macht meine Paralyse weg. Als, oh, bitte. Als ob ich echt Heilung bekomme. Das war nicht so das ganz gut geplante Comeback. Ich würde sagen, die Schreiber dieses Skripts waren doch nicht so schlau. Wie wahrscheinlich ist es bitte, dass ich Heilung bekomme? Sehr, sehr gering. Vertrauenssachen. Ja, damit kennen wir uns heraus. Erstmal einen Ehevertrag abschließen, oder Jungs? Oder? Raussparvertrag. Ja, Baussparvertrag. Nice, und Skullivera wieder schneller und kann auch angreifen und was töten. Bauchtrommel. Nice, das ist eine gute Bauchtrommel. Die ist super. Erstmal was töten, ne? Los, Nero. Die Initiative tauscht. Oh, ne, du bist super langsam. Das ist super cool. Die ist super doof. Das ist super nice. Jana ist aber nicht mehr verwirrt. So, jetzt Jana. Jetzt hau mal die gute Attacke raus, bitte. Luftstoß. Also, du könntest sogar killen, oder? Ah, du killst dood. Geh endlich. Ah, es ist auch so ein T. Bitte. Aber jetzt stimmt Emma. Halt's auf. Warte, aber Luftstoß sah ziemlich cool aus. Das sah echt cool aus, aber es ist halt trotzdem super bad gewesen. Aber du hast doch zwei Pokémon. Ja, ich weiß. Das sieht ziemlich gut aus für mich. Ich habe da noch zwei Pokémon in der Hinterhand. Ich beliebe. Wieso heißt den Pizza aus. Hä, das sollte eigentlich Gaudium heißen. Du bist so ein Trottel. Ich habe einen Fehler gemacht. Äh, ich meine natürlich, stellt euch vor, da steht Gaudium und nicht ein männliches Emma. Oh man, Prezen. Ich bin so dumm. So anklingel. Das killt halt nicht. Das killt nicht, oder? Das killt. Safe. Das ist ja super treu. Aber nur wegen der dummen Initiativen tauscht. Nur weil ich Gaudium Emma genannt habe. Loid, ist das etwa Emma? Emma, los. Ice Sun. Ice Sun, nice. Das hat echt gut sein. Es ist zwei gegen zwei. Oh, du hast ja noch so wenig Kapier gehabt. Okay, jetzt kommen die Filmbalken. Jetzt geht's richtig los, Mann. Elektromagnetismus ist vorbei. Jetzt sind wir auf dem Boden der Tatsachen. Aber du weißt, was meine letzten zwei Pokémon sind, oder? Und jetzt geht's los. Du weißt, was meine letzten zwei Pokémon sind, oder? Ja, ich weiß. Aber ich mache das trotzdem. Claudine, das ist more like bad. Und dann haben wir noch hier Schelluna. Und das ist more like bad hoch zwei. Da bin ich mir nicht so sicher. Psch, ich muss mir Hoffnung machen. Denn das ist das Comeback. Das ist der Plot Twist, auf den alle gewartet haben. Emma und Jan. Okay, Claudine, erstmal. Warte, ich bin beim Bein schneller, oder? Safe. Hitzewelle? Ach, bitte! Ist das jetzt dein Ernst? Ist das dein dummer Ernst? Wann? Ach, bitte. Kommt noch eine Hitzewelle hinterher. Heiklinger. Als auf! Ja! Ist das dein... Also, das ist Heiklinger. Ich dachte gerade, wenn das gegen Reels rausgegangen wäre, wäre ich super safe. Das ist ja nice gewesen. Okay, Stahlos. Bitte. Pferdestärke? Nice. Nein, warte, das geht auf Gengar. Ja! Gengar, bitte! Oh! Fokusband! Fokusband! Was? Nein! Okay, Emma. Was dein Gaulium heißen sollte. Donner! Donner! Ja! 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 Das geht auf Sheduna, oder? Das geht auf Sheduna. Para, 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 para. Nice! Wow! Das wird das Comeback-Nagos, bitte. Okay, okay, okay. Das wird jetzt super spannend. Okay. Emma und Jana, bitte, ihr seid langsamer als die beiden. Aber ihr macht das jetzt. Die machen gerade irgendwas Schlechtes. Ich weiß es nicht. Okay, Giftblick, das ist okay. Das ist nice. Ja, das ist okay, das ist okay. Ich bin sowieso langsamer. Paralyse auf. Stahlos, okay. Ja, ist okay. Ich hätte die Bauphilze rausgehabt. Oh, lol! Nice! Bitte. Okay, Sheduna, bitte. Machen wir was Schlechtes. Aber warte, Sheduna ist schneller als Emma. Ich bin ganz super verwirrt von allem. Gaudium, duplex Sieb. Duplex Sieb, okay, das ist gut. So, Emma. Holy shit. Ich habe Hoffnung, dass du jetzt was richtig, richtig cooles machst. Oh, das ist Gaudium. Ja, eigentlich Gaudium. Aber jetzt ist es Emma. Aufbereitung. Okay, sorry, man. Du bist Gaudium. Bist du beleidigt? Wollte dich nicht beleidigen. Könntest du bitte beim nächsten Mal etwas Gutes einsetzen? Dankeschön. So funktioniert es nicht, Mann. Warte, was? Die Flinklaue! So, Yada! Nein! Jetzt wird es aber gerackt, Mann! Kanon? Nice! Wusstest du... Oh. Wusstest du, dass Kanon stärker ist, wenn man nochmal... Wusstest du, dass eine normale Tacke keine Wirkung auf Geist gewonnen hat? Moment, nein! Das ist ganz nice. Oder? Ich dachte... Man weiß ja nie. Ich dachte, du konntest dich selber heilen. Ich würde mich wieder heilen. Ich dachte, das wäre Heilbefehl gewesen. Hey, Leute, ich glaube, ich bin im Speed-Tie. Also, Emma. Zaunklinge? Bitte nicht auf Gengar, bitte nicht auf Gengar, bitte nicht auf Gengar, bitte nicht auf... Nice! Okay. Gengar und Stahlos, hast du... Warte, was? Eins auf! Hasse mein Leben so sehr. Kersteller, gegen wen geht das? Bitte sagt mir... Okay, das ist okay. Stahlos, enttäusch mich nicht. Bitte. Aber du kreist halt auch mit Verzweiflern. Das macht halt auch guten Damage, ne? Ja, das stimmt. Stahlos, bitte. Yana und Gaudium. Bitte. Okay, Shenuna ist als erstes dran. Bitte, 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 bitte. Grasfeld, okay. Das ist okay. Das heilt halt nur dich hoch, ne? Ja, das ist gerade super. Warte, aber Heilblockade, wie funktioniert das dann? Ich glaube, es wird trotzdem hochgeheilt. Okay, Verzweifler, wie viel Schaden macht das? Okay, es geht. Aber ich mache selber auch guten Rückstoß. Okay, Yana, bitte. Geh auf irgendwas Gutes, bitte. Kraftvorrat. Das sollte gar keinen Schaden machen, oder? Habe ich einen Boost drin? Ach, bitte. Okay, okay, okay. Ah, du kannst nicht geheilt werden, nice. Super sad. Und jetzt kommen die Pflanzenattacken. Komm, das ist alles Vorbereitung. Alles Vorbereitung. Okay. Shenuna machen was Schlechtes, bitte, Mann. Komm, schau, komm, schau, komm, schau, komm, schau, komm, schau, komm, schau, komm, schau. Sandgrab? Moment, das ist eine Bodenattacke. Das ist eine Bodenattacke, glaube ich, ja. Wie viel Schaden? Okay, das macht keinen Schaden. Aber jetzt bist du da drin gefangen. Das heißt, Verzweifler-Damage und Rückschlussschaden. Ja, aber wie viel macht Verzweifler? Der nächste Verzweifler killt, glaube ich. Ich muss dich vorher töten. Yana, bitte. Du machst ihn vorher fertig. Bitte. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Funkenflug. Das gilt nicht, das gilt nicht. Ich dachte gerade, das wäre eine Elektroattacke. Nimm mal mein. Das gilt nicht. Ja, okay, okay, okay. Ich muss Riteros jetzt, ich muss Gaudium jetzt töten, besiegen. Und wie viel macht Sandgrab? Das gilt nicht. Warte, wenn du jetzt Erdbeam bekommst, ne? Wenn du jetzt Erdbeam bekommst. Bitte, 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 bitte. Yana, Gaudium, bitte. Warte, wir sind im Speedtide. Nein, alles. Ja. Wow. Ich liebe mein Leben doch. Wow, du hast einfach nur noch. Wow. Als. Auf. Quitt.